Was ist denn gut? Magst du deine Bruder? Schau auf. Aber wir haben gelaufen. Ganz krass. Einfach mit der Hebamme besprochen und auch zu schlafen. Also ich wusste von Stefan von Anfang an, dass ich das mit ihm mit dem Kind durchziehen kann. Und dann war das natürlich ein ganz, ganz krasses Gefühl, plötzlich das Kind zu sehen. Noch ein Löffelchen, komm. So. Eins geht noch. Dass er einfach anders ist und schwul ist, war am Anfang auch nicht so einfach. Aber im Endeffekt ist er immer unser Sohn. Am Anfang, als man gehört hat, dass der Kind auf die Welt kommt, war das natürlich schon komisch. Aber wo das alles gelaufen ist, haben wir das akzeptiert und akzeptiere das heute sowieso. Ich meine, ich will das halt nicht, aber ich sehe das nicht ein. Wenn zwei Kinder da sind, das muss die Kirche einfach akzeptieren. Das sind Lebewesen, egal wo sie herkommen, aber sie sind da. Und dann haben wir irgendwann mal die Robinchen gelernt, das waren sechs Monate später. So. Of course you make money from being a surrogate. Um. But, if you boil it down to the nine months that you're pregnant, I think they say it's less than like three or four dollars an hour. Ich könnte wirklich einen Part-Time-Job an McDonald's bekommen und mehr Geld machen, als wenn ich für 9 Monate pregnant sein würde. Vor allen Dingen, wenn man es in den USA machen möchte, ist es natürlich auch ein sehr teurer Prozess. Da könnte man sich wahrscheinlich eine Eigentumswohnung kaufen. Weil ich hier versuchen, dass du nur die Eppe gesplert hast. Ich würde mich lieber viel Überraschern, aber in der YouTube hat da gehen wie ich heute in der Ottoman folgen, was ich möchte, da viel Zuhörer. Ich liebe esibertsunner. Ich liebe es auch. Vielen Dank.